Um Ihre fertigen Texte bei Textbroker anzunehmen, rufen Sie Ihre Auftragsverwaltung auf. Mithilfe des Dropdown-Menüs können Sie sich hier ganz einfach all Ihre zu prüfenden Texte anzeigen lassen. Wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und überprüfen Sie, ob der Text des Autors den Anforderungen Ihres Briefings entspricht. Sind Sie zufrieden, dann nehmen Sie den Text per Knopfdruck an. Denken Sie daran, dem Autor nach der Annahme des Textes ein Feedback für seine Arbeit zu geben und ihn zu bewerten. Sollte der Text hingegen von den Vorgaben in Ihrer Auftragsbeschreibung abweichen, können Sie ihn ändern lassen. Textbroker sieht vor, dass Sie dem Autor mindestens einmal die Chance geben, den Text zu überarbeiten, bevor Sie ihn ablehnen können. Formulieren Sie dazu Ihre gewünschten Änderungen möglichst klar und deutlich und schicken Sie den Auftrag zurück an den Autor. Dieser hat nun 24 Stunden Zeit, um Ihre Änderungswünsche umzusetzen und den Text an Sie zurückzusenden. In Ihrer Auftragsverwaltung können Sie den Text erneut überprüfen. Sollte die überarbeitete Version noch immer nicht Ihrem Briefing entsprechen, haben Sie die Möglichkeit, den Text abzulehnen. Textbroker prüft diese Ablehnung anhand der Vorgaben in Ihrer Auftragsbeschreibung und entscheidet, ob ihr stattgegeben werden kann. Falls ja, bleibt das Verwertungsrecht des Textes beim Autor und für Sie entstehen keine Kosten. Bevor Sie einen Text jedoch endgültig ablehnen, denken Sie daran, dass Sie ihn beliebig oft überarbeiten lassen können. So haben Sie stets die Möglichkeit, doch noch Ihren Wunschtext zu erhalten. Machen Sie sich aber bewusst, dass auch ein Autor den Auftrag abbrechen kann, wenn er zu viel Zeit in die Überarbeitung eines Textes investieren muss. Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, steht Ihnen der Textbroker-Auftraggeber-Support gerne zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie Ihren optimalen Text erhalten. Haben Sie selbst einmal keine Zeit, sich um die Annahme Ihrer Texte zu kümmern, sorgt Textbroker dafür, dass Ihre Texte nach drei Tagen automatisch vom System angenommen werden und in Ihrem Konto zur Verfügung stehen. Nach der automatischen Annahme sind dann allerdings keine Änderungswünsche mehr möglich. Sie erhalten das Verwertungsrecht für den Text und der Autor wird automatisch bezahlt. Um unabhängig von der Sternestufe einen vollständig fehlerfreien Text zu erhalten, können Sie das Korrektorat von Textbroker hinzubuchen. Hier korrigieren geprüfte Korrektoren die Texte noch einmal und sorgen dafür, dass Ihr Text in jedem Fall orthografisch einwandfrei ist. Haben Sie schließlich Ihren Wunschtext erhalten, finden Sie ihn in Ihrer Auftragsverwaltung. Hier können Sie ihn bei Bedarf ändern und eine eigene Version davon speichern. Sie können ihn innerhalb Ihrer Projekte verschieben oder per Knopfdruck markieren und auf Ihrer Webseite oder in Ihr Dokument übertragen. Neben dem Text finden Sie noch einmal eine Übersicht über Ihren Auftrag, das Briefing, den Originaltext sowie Ihre veränderte Version, falls Sie diese angelegt haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihren Texten.